so und so wie sieht es denn da drüben jetzt aus da kann ich auch die mauer zum so und so das ist zu viel verdammt das normale reichen habe ich genau das ist alles gut aus hier also mache ich mal hier weiter genau das muss ja auch noch da muss man erst wieder hochkommen das war zu viel ach ja hier muss ich hier muss noch so was sind stein vergessen und es wird schon wieder nacht wie sieht es aus hier es schließt sich genau es wird ja zu da kommt fußboden hin beziehungsweise decke je nachdem von wo aus man das sehen will ist das hier so richtig ja doch das sieht so aus da und da so jawohl da musst du wieder rauslaufen aus dem lager in richtung birkenholz hütte und da dann links abbiegen und da siehst du das ja schon so moment mal wie geht es jetzt weiter hier ich komme da nicht hin ist das richtig so ja die ist nicht so besonders groß hier die die bambus das bambusfeld aber ich hatte ja auch nicht vorher als ich das angelegt hatte so viele bücher auf einmal zu machen moment da stimmt das nicht und dieser baum hier stört auch den muss ich mal ein bisschen weg machen hier ist ein baum ganz schön reingewachsen ja genau ach komm das mache ich jetzt mal das ist noch so ein großer dann oh da geht mir die achs kaputt also ich glaube wenn wir diese bäume hier gefällt haben dann sollten wir auf jeden fall genug eichenholz haben das ist ein bisschen dunkel hier moment mal den hier weg ich sehe hier kaum noch was ja dann habe ich jetzt immer das glaubst du weg so da ist noch ein bisschen holz jawohl ich stürze mich auch mal in den baum oh ja von oben das zu machen das ist sinnvoll ja genau das bei mir blenden auch der hatte keinen Stamm mehr ja den hab ich ja schon weg gebracht mann oh da denkst du machst das intelligent und machst das eben nicht ja ja intelligent war das ja aber es war einfach nur Pech gehabt gut ich versuch's mal von oben ja hab ich auch eben versucht aber da war jemand der hat unten den Stamm entfernt so hier ist noch was wir müssen das ja alles von hand jetzt weg machen das geht bis ins haus hinein ja alles von hand machen weil das laub hier ja kontakt zum holz hat deswegen zerfällt es dann ja nicht da war noch ein bisschen holz okay aua da fallen mir doch vor die füße ist da alles raus jetzt äh ne ne warum wir das auch natürlich nicht so und hier noch ein bisschen so ich glaube da ah hier noch was ich glaube das reicht jetzt hier so und dann war hier noch ein Fehler genau hier mhm ja zack zack okay warum liegt hier Erfahrung rum komm her komm danke ah wieder daneben gesprungen äh das ist bestimmt noch von Mammut von vorhin oh ich sollte mal auf meine Gesundheit achten nicht so viel rumspringen fast die Hälfte Bücherregale ist jetzt da der Rest ist alles fertig ich hab 60 von 128 Bücherregale jetzt und ja jetzt muss man halt immer warten auf das Zuckerrohr ja und ähm Moment ich muss mal ab wo ist denn der Stift ah mein Stift ist weg oh nein äh ja da muss es jetzt so gehen Blumentöpfe hast du alle da ja die Ranken hast du auch schon ja sehr gut Bilder Rahmen die Rahmen sind auch da die Bücherregale Falltüren oh ja Falltüren da kannst du auch noch 10 Eichentüren und 9 Birkenholztüren dazu machen 10 Eichen und 9 Birkenholz ok geht ja voran ja scharf ne ja scharf ne was meinst du dazu ja das kann ich jetzt nicht so entscheiden aber es war irgendwie so ein abschließender Kommentar weil es sich abgewandt hat ok er hat mich nochmal angemäht und ist dann gegangen so ja das sieht doch gut aus hast du dich hier hoch gebaut oder ja da habe ich mich hoch gebaut achso ne ne das kann weg ist also keine Kunst das ist keine Kunst ne Kunst kommt später so dann der hier ok und jetzt muss ich ein bisschen zählen das kann ich aber mit Steinen machen so ist das hier richtig das sind 4 nochmal 2 ja das ist richtig 1 2 3 4 5 6 und dann kommt ah Moment mal innen das habe ich ja verkehrt gemacht nein innen kommt ja das Eichenholz hin und nicht das Schwarz Eichenholz genau deswegen hatte mich die eine Säule da verwirrt mhm so und die Musik bei mir verwirrt mich auch gerade ist das hier so richtig doch müsste wohl so Türen sind auch da Türen sind auch da ok dann machen wir mal so ähm Moment da ähm dann mach doch mal aus Schwarz Eichenholz da haben wir ja Unmengen wo haben wir das denn ähm wo steht das denn ah du kannst mal 40 Leitern machen das auf jeden Fall vielleicht haben wir noch was im Lager also doch da müsste noch was da sein und dann oh ja 10 Paletten Schwarz Eichenstufen mhm also Stufen weißt du die halben Blöcke genau die brauchen wir für das Dach aus Schwarz Eichen ja aus Schwarz Eichen 40 Leitern ja 40 Stück ja oder so ungefähr das ist jetzt egal es dürften sogar noch welche da sein im Lager irgendwo da in der Holzkiste so 1 2 3 4 5 6 und der da hin ja ja doch das sieht doch gut aus oh ja die Mauer hier und dann muss das hier zugemacht werden mhm da aber nichts hin es wird wieder Tag yay ja doch genau ach da hast du mittlerweile eine Tür reingemacht ok wo denn hier ach hier ja genau da kommen die die Dings Türen hin die Eichenholz Türen ist das richtig so nö noch eins höher ach das Schaf hat den Weg hier hochgefunden guck an naja wie gesagt solange es noch kann darf ich das ja ruhig machen so dann mach ich mal hier weiter ich mach eine Sightseeing-Tour hier ja ja es gibt ja auch immer mehr zu sehen oh ich brauche ein neues Material ah da Balken ok jetzt bin ich gespannt ah ja doch da haben wir ja noch was oh jede Menge hier hier so der muss hier hin da und da ok schön und dann äh hier ja wunderbar sieht gut aus so und so dann mach ich hier wieder zu oh jetzt hab ich aber ganz richtig wildes Lied juhu ah da ja es fach Amiga Link hast du noch Glattsteins Siegel? ja 41 Stück noch ok so viele brauchen wir nämlich gar nicht mehr ich hab auch grad wieder ein paar aus der Wand gekloppt das ist Außenwand ah ok ja scharf guck dich jetzt mal auf meiner Seite um sieht genauso aus wie auf der anderen Seite brauchst du also eigentlich nicht gucken so jetzt wird uns leider ein ja ein Glühstein fehlen was machst du denn da so machst du das ok genau hier da sind nur zwei so kleine Fenster ah schade der Schaf beschwere dich nicht ich hab dir gesagt das sieht genauso aus haha so ja die 10 Paletten hast du auch schon? mhm ok ähm dann machen wir einfach mal hier wieder weiter hast du auch die 128 Falltüren? die sind da das eigentlich noch fehlt sind 68 Bücherregale ja mhm ok so dann äh 18 Eichenlaub sind hier schon eine Tour drin ok dann äh 64 Tropenzäune 64 gut Tropenholzzäune ja so eine ganze Stapel ähm zwei Plattenspieler was ist das denn? Steins zwei Paletten Steinziegel Stu- äh Treppen genau Steinziegel Treppen ja und eine Palette was? eine eine Palette ja ne zwei von den Treppen zwei von den Stufen eine oh ja und dann äh eine die Steinziegel ja Glattsteinziegel genau Glattsteinziegel mhm Stufen eins und Treppen zwei zwei Paletten genau und eine Palette gemeißelte Steinziegel weißt du wie man die macht? äh ich hab Google ich kann's dir sagen du brauchst äh Glattstein ein Stufen und da musst du zwei aufeinander legen dann kriegst du gemeißelte Glattsteine heutzutage alles möglich das ist ja furchtbar jetzt weiß ich erst was du meintest mit dem deutschen Begriff konnte ich nämlich gar nichts anfangen eine Palette ne? eine Palette ne? eine Palette ja und diese Tropenzäule war auch eins ne? das war auch eine Palette oder ein Bündel oder wie auch immer ja 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 ich nenn's halt Stack weil die SSH Palette ist Stack oh nein doch hab ich dir was falsch gesagt? wieso? willst du grad mit mir? nein mit Mammut ok was denn? 10 Paletten Schwarz-Eichen-Stufen und du hast Treppen gemacht egal die werde ich schon irgendwo verbauen ja die kann ich hier leider nicht brauchen aber egal Stufen sind die Halb Halbblöcke ok nicht wild du hast Treppen gesagt äh ja vielleicht vielleicht hab ich auch Treppen gesagt aber ist ja egal du hast so viel Schwarz-Eichenholz ja ja genau ich hab so viel Schwarz-Eichen also kannst du die Welt neu kreieren haha ja achso da soll gar kein Fenster hin Ellen ich hab natürlich Must Helgen mit Halt machen Herz-Eichen-Sophie